Wahnsinnig schöne Strecke gerade hier in der Saale zwischen Naumburg und Weißenfels. Es ist so schön, dass man es kaum aushält, hat mir gestern eine Teilnehmerin gesagt. Naumburg im Rücken geht es durchs Saaletal hindurch. Die Bach-Baybaycar atmen noch die Luft der sogenannten Toskana des Nordens, wie die Landschaft der Flusstiller Ilm und Saale genannt wird. Dabei haben sie Bachs Musik im Ohr. Bach ist für mich Heimat. Sowohl buchstäblich, als dass ich ja selber aus Sachsen komme und mich deshalb der Bach-Tradition sehr verbunden fühle, als auch stimmlich, weil die Art und Weise, wie Bach schreibt, ist für meine Stimme am besten. Nach kurzen 20 Kilometern ist das nächste Ziel erreicht. Hier hat ein anderer großer Komponist gelebt. Das hier ist das einzig erhaltene Wohnhaus von Heinrich Schütz, der hat zufälligerweise genau 100 Jahre vor Bach gelebt. Hat der den gekannt? Ja, also Bach hat den sicher gekannt. Das ist so, dass Schütz der Erste war, der die italienische Vokalmusik ins Deutsch übertragen hat und quasi dann deutsche Kirchenmusik für die menschliche Stimme geschrieben hat. Und Bach hat sich bestimmt in seinen Kompositionen dann auf Schütz bezogen. Bach hatte den Titel Hofkapellmeister von Hause aus hier in Weißenfeld. Er war hier also angestellt, hatte hier aber gar nie gelebt. Der war in Leipzig und hat sozusagen Homeoffice gemacht für den Fürsten hier. Und man kennt noch zwei Kantaten, die er für den Herzog Christian hier komponiert hat. Einmal die berühmte Jagdkantate, die war dann unten im Jägerhof, da am Waldrand direkt im Forsthaus aufgeführt. Und als zweites dann noch eine Geburtshauskantate, wahrscheinlich hier im Schloss aufgeführt. Jetzt müssen wir zum Konzert, das fängt gleich an. Wir haben hier gerade ein wunderbares Konzert in Weißenfeld gehört, mit lauter Komponisten, die hier rund um 1700 gewirkt haben. Lasst euch überraschen, was in der letzten Folge passiert und wen wir dort in persona treffen werden. Wir haben hier gerade ein wunderbares Konzert in Weißenfeld. Wir haben hier gerade ein wunderbares Konzert in Weißenfeld. Wir haben hier gerade ein wunderbares Konzert in Weißenfeld.